Letzte Woche sind wir vor dem Kernkraftwerk Gronde gestanden, zusammen mit FOTA4Climate. Das ist eine Umweltschutzgruppe aus Polen. Gronde, weiß vielleicht nicht jeder, ist der absolute Weltmeister, was die Stromerzeugung angeht. Auf jeden Fall waren die sehr neidisch auf dieses Kraftwerk und die konnten es nicht verstehen, warum sie, die von Kohlenstaub oder von den Abgasen verdreckte Luft atmen müssen, denen sterben die Wälder, denen sterben die Bäume. Und wir sind so verblödet, muss man wirklich sagen, und schalten die Kernkraftwerke ab. Also der Adam von FOTA4Climate, der war da oben gestanden, der hat fast geheult. Und ja, das muss man sich erstmal klar machen, was wir hier in Deutschland eigentlich wirklich damit kaputt machen. Wir lassen die Braunkohle laufen, wir lassen die Steinkohle laufen, wir bauen neue Gaskraftwerke. Es scheint so zu sein, als könnten wir auf den CO2-Ausstoß pfeifen. Tja.